Gern mal Tim Drake, Assassin's Creed Odyssey, nächste Hauptquest, und zwar einer Frau zu gefallen. Und zwar hatte die Anthusa, hat uns ja darauf aufmerksam gemacht, zwei Ätheren von sich zu befragen. Und zwar einmal die Damalis, und dann sprechen wir mal mit der, was denn genau das Problem ist. Das geht es herauszufinden. Das Team zu helfen, du siehst nicht aus wie ein Spion des Hökers. Nein. So, gibt es irgendein Problem mit dem Hökert Damalis? Möglich. Anna Meyer Freier ist anders, er war vorher ein netter Mann, jetzt ist er böse. Ma ist ein Mitglied des Kosmos. Ihren Muskeln muss herausfinden, was hinter der Wandlung steckt. Ja, da sind wir ja direkt richtig hier. Was hat er gemacht? Frag mich Dinge, auf die ich keine Antwort weiß. Wie bei Drachmen, wo wir unser Geld lagern? Ja, das darf natürlich die nicht machen, das wird er schön dem Hökert mitteilen, und dann robbt er die ganzen Feier aus. Ich bin nicht naiv, wenn ich die anderen informiere, wird er sich die als nächstes vornehmen. Zwickmühle irgendwie. Wie war der Typ vorher? Besessen, aber nie bedrohlich. Naja, er fiel im Symposium nie auf, bis er die Drachen für sich arbeiten hieß. Irgendwas gab ihm das nötige Selbstbewusstsein. Mal gucken, was das für ein Freier ist von der Hethere Damalis. So, irgendwo soll er in seinem Haus sein. Müssen wir ihn ja nur noch in seinem Haus aufsuchen. Begib dich zum Haus des Freiers. So, das ist auch wieder einen guten halben Kilometer entfernt. Aber, da schauen wir uns gar nicht großartig an. Sondern, da hüppeln wir gleich ganz schnell, schnell auf hin. So, auch wieder nordwestlich von Korinth ist das Ziel, ist das Haus. Und jetzt mal gleich einen Skip zum Häuschen. So, dort sind wir. Jetzt können wir auch runtergehen von Phobos. Die letzten 20 Meter, die schaffen wir auch zu Fuß. So, sprich mit Phoebe. Die ist da. Warum ist ein Phoebe jetzt da? Ich habe gehört, wie Damalis von ihrem Volk in Freier sprach und wollte er helfen. Oh Mann, Mädchen. Benimm dich oder gute Idee. Er hat ja letztendlich schon gut bezahlt gemacht. Er hat ja von Kaphalonia geflohen. So, ich spreche mit Damalis Freier und sehe, was er zu einem Leben zu sagen hat. Ich war hier und spionierte und ich hörte, wie er sich mit sich selbst sprach. Das ist komisch. Aber vielleicht hilft es dir ja, wenn ich dir erzähle, was ich gehört habe. Na, dann schieß mal los. Er sagte, dass er sich heute Abend mit jemandem auf einer Schweinefarm treffen wollte. Das könnte helfen. So, und warum? Irgendwas abzuholen. Nur Urkunde für Ländereien oder sowas. Und was noch? Sagt er einen Namen. Dein Nomenes. So, legen wir los. Hör genau zu. Du schleißt dich rein und siehst, was du finden kannst, während ich ihn ablenke. Ich werde leise sein. Gut. Wenn er dich erwischt, lauf direkt durch die Tür. Wir treffen uns danach. Versprochen? Ich bin bereit. Los geht's. Wer hätte das gedacht, dass die kleine Phoebe hier nicht nur eine kleine Botschafterin ist, die sie von Cephalonia auf einem Schiff als blinder Passagier aufgemacht hatte, auf der Reise nach Athen und jetzt im Korinth gelandet ist. Sie hilft uns auch noch. Das ist ja schön. So. Mit dem Freier sprechen. Also ablenken. Hört sich Miron schickt, sagt ihm, ich gebe ihm sein Geld noch heute Nacht. Ah, da ist Phoebe. Guckt sich schon um. Du weißt überhaupt nichts. Oh, jetzt irgendwie schnell was aussuchen. Schweinehof, das wissen wir auch von Phoebe. Hat uns ja gerade mitgeteilt. Klaut sie schon was? Da liegst du falsch, sagt er. So, was noch? Ländereien, Urkunde? Das hat Phoebe auch noch gesagt. Die nächsten Gegenstände, die sie hat. So, und du triffst hier den Danomenes. Das hat sie uns auch mitgeteilt. Also da war es wirklich wichtig, dass wir halt nicht gleich sofort zur Mission springen, sondern wirklich die Phoebe ausreden lassen. So hatten wir genügend Zeit, ihn mit den richtigen Antworten zu konfrontieren, sodass Phoebe hier im Hintergrund agieren kann. So, und dann liebt er die Äthera. Trotzdem bedroht er sie. Lieber ich als ein anderer rücksichtsloser Mann. Entweder ich verletze der Malis oder ich bin tot. Wieso denn das? Die Schwierigkeit. Du sagst es, als ob ich es nicht weiß. Er auch wusste, das ist das, was er mich macht. Wer macht dich? Sag dem Malis, ich werde stoppen. Wir haben immer noch keinen Namen, wer ihn da jetzt letztendlich zu zwingt, äh, zwingt, äh, die Normale ist irgendwie zu quälen. Mal gucken, was Phoebe herausgefunden hat. Sie hat ja jetzt einige Gegenstände im Hintergrund, ähm, stibitzen können. So, was mit dem Münzbeutel? Er ist reich, warum hat er so viel Müll? So, was mit dem Schuhhaken? Er hatte keine Feuerstelle. Er wird nicht für Feuer genutzt, sondern als Waffe. Ich sah, wie ein Mann ihn in den Fokus ansetzt, ein Riese. Groß wie der Höker? Es war der Höker. Was sagt der Brief? Dann der Brief, das ist das Interessanteste wahrscheinlich von einem. Wie gemein, darin steht, wenn er etwas falsch macht, tut man ihm weh. Also er wird wirklich gezwungen. Es geht noch weiter, er soll der Malis zu einem Ortchen in Korinth bringen. Hier ist eine Wegbeschreibung. Was ist das für ein Ort? Dann finden wir das mal raus. Ich wollte gerade sagen, Phoebe hat auch schon genug getan. Ohne sie hätten wir auch die ganzen Gegenstände ja auch gar nicht bekommen. Und wir haben auch gar nicht so weit gekommen, ähm. ihn so lange aufzuhalten. Das ist jetzt aber ein Job hier für Super Alexios. Ich habe ein Schwert für dich aus seinem Haus. Du bist ein guter Thief. Ein Ort, um die Malis zu bringen. Du hast ihn sicher? Ich sollte herausfinden. So, jetzt erstmal den rätselhaften Ort hier untersuchen. So, auch gleich in der Nähe. So, jetzt mal wieder den Eingang finden. Neu Ort entdeckt Tempel des Apollon. Abendbronn-Haus. Oh, ein Befehlshaber, ein Schatz. Also das ist recht klein. Das nehmen wir dann gleich mit. Und nicht viele Gegner. Dort hinten sind noch andere Sachen, um die kümmern wir uns nicht. Aber wir können ja schon mal mit dem Adlerblick einmal für später ein paar Sachen aufdecken. So, wenn wir uns hier in den Brüstung stellen, könnten wir noch einen Attentat eigentlich machen von hinten. So, ein paar Sachen, die wir noch klauen können. Dann sollten wir wahrscheinlich erstmal hier die Gegner, die liegen, bevor wir hier irgendwas untersuchen können. Erstmal Ruhe schaffen. Also das ist auch weg. Und dann haben wir noch zwei übrig. Einmal hier der kleine Befehlshaber und dann einmal der mit dem Speer. Zweifel anblenden. Feuersperr gezückt. Dann können wir das vielleicht sowieso nicht in Ruhe angucken. So ist mir das zu stressig. Jetzt ist meine Ruhe im Karton. Missleistungsangriff. Das heißt, das ist okay. Bleibt nur noch anderen übrig. Und dann können wir das, diesen Rislachen, versuchen wir das zu tun. Haben auch den Befehlshaber auch gleich damit gekillt. Das Haus, ein optionales Ziel, damit schon mal erledigt. Und die Schatzfuhr zu plündern, das sollte jetzt auch keine Stichkeit sein. So, zack, da sehen wir das Abronhaus. Einen Gegenstand können wir auch noch recht mitnehmen. Das hat sehr schönes. Seltene Handschuhe, episch, super. So, untersuchen. Und die Schatzkiste nehmen wir noch mit. So, Abronhaus ist damit abgeschlossen. So, und im Eingang war ja schon mal die erste Interaktionsmöglichkeit. Dachte ich zumindest. So, hier interagieren. Eine Haarsträhne. Den Geruch kenne ich. Schmerz ist irgendwie familiar. Verdammt, was ist denn alles in der Welt? Na, hat er halt ein paar Sachen angefertigt mit Gips, ne? So, Ketten, Öl. Hoffentlich ist es nicht das, was ich denke. Ah, die haben ja den Barnabiss zum Beispiel auch gequält in so einem, so Möbel. Oh, und der hat Phoebe erwischt. Na, der tust aber nichts an mein Freund hier. Was machst du hier? Ich wollte dir helfen. Du kommst hier, komm Phoebe. Jetzt. Du kannst schon mal fliehen, ist das gut? Du bist brav, kommst hier. Du willst ein paar Schläger? Der Hilder würde sich gerne um dich kümmern. Dafür wird er in der Unterwelt verorten. Wie früh, wir sind in Korinth, in diesem Anderen ist alles erlaubt. Und der Hilder findet Erfüllung. Sei beide völlig krank. Jedes Opfer unterzieht sich seiner besonderen Meinung. Ich sag ihm, du meldest dich freiwillig. Das wollen wir ja gleich mal sehen. Du bist der erste Opfer, der gleich weg ist hier. Genau, ich bring dich um. Ich soll jetzt hier an Ort und stell dir hier. So, töte die Wache. Ja, viele Möglichkeiten zum Ausweichen haben wir hier nicht. Ein bisschen durch. Feuerschwerter. So. Das war's schon. Jetzt können wir einmal damals Bericht erstatten. Jetzt wissen wir, warum ihr vorher nur leicht besessener Freier und nachher brutaler Freier so komisch war, weil man ihn halt wirklich gezwungen hatte, dass man ihr was antut. Ich hab mir diese Urkunde über diesen Ränder reingefunden. Den einen Namen haben wir noch gehört. Und, was wollte ich noch sagen? Dass der Höker dahinter steckt. So. Viel war schnell ernstlich. Ja, das ist doch so. Ist ja gut, dass sie auch heile ist. Ähm, sorry, Alexios. Alles gut. Du hast einen tollen Job gemacht da. Es ist okay. Du hast gute Intentionen. Ich dachte, ich könnte innen, wie vorhin. Ich bin glücklich, dass du nicht. Es ist besonders mit dem, was ich dort gefunden habe. Was hat da passiert? Ja, sie hat ja diese ganzen Büsten da gar nicht gesehen. So, aus dem Lust geht mich an das Hökers, kommt da. Kaum zu glauben, und genau da solltest du hin. Nein. Das ist wahr. Nein, doch, dein Freier wurde gezwungen, dich dort abzutiefen. Und dann fand ich noch dies. Und wir finden dies. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Höker in dir gekommen ist. Er wird dich in Ruhe lassen, er gab mir sein Wort. Ja, ich denke schon, dass er das machen wird. Ihr könnt mir immer vertrauen, hier. So. Das war die Hauptquest, an der Frau zu gefallen. Und mal gucken, was der Höker noch alles parat hat. Bis dorthin. Euer Gamer Tim Drake. Das war die Hauptstadt. Ich dreig. Aber da hat er nicht nur auf фunk inивать. So.